So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Wir sind hier am Montag, am Nikolaustag. Heute ist der 6. Dezember. Kann man vielleicht erkennen hier an der Mütze, ne? Das ist ja, was mir eigentlich beim B-Adventskalender gefehlt hat. Ist jetzt aber hier am Start im Video. Ich habe außerdem jetzt wieder mein normales, wie man sieht, ne? Wer da im Stream dabei war, der weiß ja, was los war. Deswegen, ich habe nichts mehr gehört. Ich musste dann andere Kopfhörer benutzen. Das war so grausam. Aber wir sind zurück. Und wir haben ein kleines Special vorbereitet. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Wir wollen heute am Max Out Monday, nämlich mal alle mysteriösen Maxen. Aber Maxen ist ein bisschen übertrieben, weil wir werden sie auf Level 40 ziehen und nicht auf Level 50, ja? Das ist der Unterschied. Also 50 ist, oh mein Gott. Bis zuerst irgendein mysteriöses Mal auf... Was habe ich überhaupt? Habe ich mysteriös gesagt? Oder habe ich irgendwas anderes gesagt? Legendär? Egal. Wir wollen auf jeden Fall alle Mysteriösen, ja? Die man nur einmal haben kann. Die es aus Spezialforschungen gab oder sonst was. Puschen. Wir sagen einfach, wir wollen die nicht Maxen, wir wollen die Puschen, ja? Ich pushe alle Mysteriösen. Ah, die macht gerade Faxen im Karton. Das ist okay, das sind Katzen. Wir gehen mal in den Beutel rein. Euch einen schönen Nikolaustag, nochmal gesagt. Geben jetzt hier mal, wer das nicht weiß, ihr habt ja immer diese Suchbegriffe. Da müsst ihr die nicht selber eingeben, da könnt ihr auch irgendwo draufdrücken. Ihr könnt auch auf mehr anzeigen. Und da seht ihr sogar noch mehr heftige Suchbegriffe. Zum Beispiel wie Mysteriös, direkt neben Legendär. Wir gehen jetzt hier auf Mysteriös. Wir sehen jetzt hier alle mysteriösen Pokémon. Darunter zählt zum Beispiel auch Darkrai. Ja, es ist ein Mysteriöses, es ist kein Legendäres. Auch wenn man das jetzt normal raiden konnte. Die Dioxysformen zählen da rein und die Genesectformen zählen auch da rein. Wir wollen uns jetzt aber um die kümmern. Meltan auch Mysteriös, ja, 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 okay, ich habe schon nichts gesagt. Wir wollen uns jetzt mal um die kümmern, wirklich, die ihr nur einmal bekommen konntet. Beziehungsweise zweimal, wenn man die Shinyformen dazu zählt. Wir haben hier ein Mew auf 14,91. Das habe ich eine Zeit lang mal für die Superliga genutzt, glaube ich. Deswegen hat er jetzt auch zwei Ladeattacken. Hat jetzt hier Dunkelklaue, Energieball, Donnerblitz. Wir haben auch einen Shiny. Jetzt müsste man eigentlich mal gucken. Vielleicht sind die ja für die Superliga trotzdem ganz gechillt. Schild 14,91 und das kommt auf 14,56. Welches zieht man jetzt hoch? Das normale oder das Shiny? Das normale oder das Shiny? Ich glaube, im Endeffekt ziehen wir irgendwann alle hoch. Also fangen wir einfach hier mit dem Shiny an. Total sinnlos. Wir ziehen das jetzt hier hoch. Beziehungsweise eigentlich müssen wir gucken, welches hat die bessere NV zum Hochziehen. Scheiß mal auf GBL, auf irgendwas hier. 10, 11, 15. 10, 15, 14. Das sieht auf jeden Fall besser aus insgesamt. Wir werden hier also das Shiny hochziehen. Wir gehen also rüber. Füllen den Bogen, bis es nicht mehr geht. 268 Bonbons sind das immer. Normalerweise sind das ja 248. Aber, da es Level 15 ist, statt Level 20, kostet das halt ein bisschen mehr. Mew kommt auf 3,186. In dem Beispiel, wir werden keine XL verwenden, ziehen das Mew jetzt einfach mal hoch auf 3,186. Jetzt kann ich ja auch nicht mehr pushen. Wir hätten eigentlich mal so gucken müssen, wie viel das auf Level 50 kommt. Circa auf 3,500. Könnt ihr euch so merken. 3,577. Ist jetzt nicht der krasseste, aber geht. Celebi. Was ist da das Beste? Wir haben hier eins mit 13, 15, 13. Das sieht schon gut aus. Und wir haben hier noch eins. Das ist deutlich schwächer. Wir werden also dieses nehmen. Wir werden das auch hochziehen. Insgesamt kommt das auf 3,643. Ist also besser als Mew. Das ist jetzt schon wieder runtergeschmissen. Ist also besser als Mew. Wir ziehen das Shiny auf Level 40 und kommen damit auf... 3,223. 3, 2, 2, 3. Irgendwann kommen von den anderen auch noch die Shinies rein. Vielleicht sollte man so lange warten, weil die Shinies komischerweise besser sind bis jetzt. Aber das ist nur Zufall. Ihr seht, wie gut das auch kalkuliert ist, dass gerade mal drei Bonbons übrig sind. Wie sieht es aus mit Shirachi? Shirachi gibt es noch nicht als Shiny. Shirachi kommt auf 3,635. Also so ähnlich wie Celebi. Vielleicht noch ein kleines Stück höher. Shirachi hat hier 13, 14, 13 auch. Shirachi wird also auch hochgepusht. Drücken wir wieder mal auf den Button. Gehen nach hinten. 268 und haben jetzt hier auf 3,215. Attacken. Da haben wir keine Bonbons gerade übrig. Sonst hätte ich bei jedem eigentlich auch eine zweite Attacke machen können. Aber die sind ja nicht gemaxed. Maxen und zweite Attacke ist das eine. Auf 40 ziehen. Keine Attacke ist das andere. So, Dioxys. Lassen wir erstmal weg. Hier die Dioxysform. Ich glaube, ich habe von jedem nur das Beste aufgehoben. Und eben ein Shiny. Darkrai 100% Level 50. Haben wir auch dabei. Gehen wir mal kurz hier so raus. Weil das sonst zu lange dauert. Darkrai, Darkrai, Darkrai. Wir kommen zu Victini. Victini kommt auf 3,586. Ist also wieder ein bisschen schwächer. Erreicht nicht die 3,6. Ist wie Mew so bei 3,5 irgendwas. Aber trotzdem glaube ich nochmal ein bisschen besser als Mew. Bewertung sagt uns 10, 13, 14. Und wir ziehen auch das hoch. Mit 268 Bonbons. Das ist genau abgestimmt. Auf 3,172. Das sah ja genial aus. Wie das V einfach anfängt und brennt. 3,172. Okay, Meloetta. Habe ich erst überlegt, Meloetta einiges mehr reinzupulvern. Und das vielleicht mal hochzuziehen. Denn Meloetta, guckt euch das an. Kommt sogar auf 4,473. 3,6 war bis jetzt das höchste. Das sind fast 1,000 doch mal mehr. 4,473. Das ist also ein Klopper. Bewertung. Es ist ein 98er. 98er Meloetta. Das ist auf jeden Fall stark. Gab es am Go fest. Werden wir aber auch nur auf Level 40 ziehen erst mal. Mehr können wir ja nicht. Und es kommt jetzt schon auf 3,900. Fast die 4,000er Marke geknackt. Lassen wir natürlich so wie es ist. Ruckzuck hieb, Zauberschein. Okay, Meloetta. Ja, Typ normal. Typ Psycho. Macht auf jeden Fall eine gute Figur. Genesekt. Wischen wir schnell durch. Hoppa. Ja gut, Hoppa kam jetzt erst hinzu. Lassen wir das Hoppa kurz weg. Gucken wir mal zu Zarude. Zarude kam letztens rein. Zarude käme auf 4,100. Alle sagen, Zarude unbedingt muss auf Level 50. Ihr seht, Meloetta hätte 4,400. Zarude nur 4,100. Meloetta kommt also deutlich höher. Meloetta hat aber nochmal mehrere Formen. Meloetta ist für Mädels. Ja, guckt euch Zarude an. Dieser brutale Pflanzenunlichtangreifer finde ich einfach richtig wuchtig. Richtig brutal. Wenn ich 1,50 ziehen würde, wäre es wahrscheinlich trotzdem auch Zarude. Die Leute haben mich überzeugt. Auch wenn Zarude jetzt wieder richtig schlechte EV hatte. Oder? Ja. 11,10,11. Ich glaube, das ist das Schlechteste von der Bewertung her. Unter allen. Ich habe aber begonnen, jetzt immer Sonderbonbons in Zarude zu stecken. Der hat also jetzt schon 4,562. Wir pushen den trotzdem jetzt erstmal auf Level 40. Rest ist egal. Einfach mal so. Kommt er nämlich auf 3,700. Ist erstmal ein bisschen was. Ansonsten, ihr habt es gesehen, 4,100 ist ein Prügel. Das waren eigentlich die Besten. Jetzt ist aber natürlich das Hoppa reingekommen, was auch auf 4,200 oder so irgendwas gekommen wäre. In der Dreh ja so ähnlich wie Zarude, aber noch weit hinter Meloetta. Dadurch, dass wir das Hoppa jetzt aber entfesseln konnten, hat sich das alles geändert. Ja, denn plötzlich kommt Hoppa auch auf 4,482. Ist also nicht mehr in der Zarude-Liga, sondern wie Meloetta wird er jetzt einfach heftig der Boss. Ja. 4,482. Man hätte sich also jetzt überlegen können, zieht man einen Meloetta oder einen Hoppa hoch. Hoppa, finde ich, sieht auf jeden Fall interessanter aus, wenn man sich das so betrachtet. Aber jetzt habe ich ja angefangen, alles in Zarude zu stopfen. Wir werden trotzdem hier einen Power-Up machen. Hallo Adi. Schatz. Bis 3,900 hier auch. 2,266 dazu. 3,965 erreicht es jetzt hier unser kleines Hoppa. Wir können das natürlich auch wieder in der Form zurück verwandeln, aber wozu? Man lässt das ja eigentlich so, wie es ist. Was wir sonst noch machen können, wir haben ein Mel-Metall auf Level 50 schon. Das ist ein 100%iges. Also daran können wir nichts mehr machen, wenn wir gerade bei Mysteriösen sind. Wir haben ein Dark-Rai auf Level 50 mit 100%, wenn wir bei den Mysteriösen sind, was ihr hier seht. 4,227. Wir könnten uns nochmal Dioxys angucken. Habe ich da überhaupt was? Das ist ein 98er. Okay. Ich glaube, wir müssen das mal so drauf behalten. Das ist eigentlich, glaube ich, schon so geordnet. 98er müsste das Beste sein, was überhaupt da ist. Dadurch, dass das ein 96er, eine Verteidigungsform. Das sind verschiedene Formen. Die kommen jetzt auch wieder alle unterschiedlich hoch. Wir können ja mal kurz vergleichen. Das kommt auf 3,2. Das kommt auf 2,5. Würde ich auch nicht nutzen. Also nicht hochziehen jetzt, weil ich das ab und zu in der Superliga spiele. 3,2. Das ist 2,8. Das ist 3,4. Das ist dann also auch 3,4. Also 3,5. Ja, weil es ein bisschen besser ist. Also ist das 3,5,6,3. Es ist auf jeden Fall das allerbeste. Was am höchsten kommt, was am stärksten ist, wo ich auch noch ein 98er habe. Das könnten wir theoretisch auch jetzt erstmal auf Level 40 pushen. Einfach so. Die Oxys Bonbons sind ja nicht so teuer. Kann man ja, wenn man ein bisschen raidet, hat man gleich wieder 300 zusammen. Kann die da drauf packen. Level 40 ist also nichts. Können das aber wenigstens jetzt auch auf 3,151 pushen. Mhm. Was man damit macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nichts. So, wir haben also unser bestes Dioxys in der besten Form, die am höchsten kommt. Gleichzeitig auch mit dem besten IV gepusht. Und dann bleibt eigentlich nur noch Genesekt übrig. Genesekt. Wir haben ja nur, was haben wir denn? Wir haben zwei Formen. Zwei Formen haben wir, glaube ich. Wir haben hier das Normale mit dem gelben Modul. Ne, das ist das Normale. Das ist mit dem Flammenmodul. Genau. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch anders. Das ist das mit dem Flammenmodul. Das ist das Normale. Jetzt müssen wir da mal wieder gucken. Genesekt dürfte auch alles gleich sein. Wir schauen also wieder, was das Beste ist. Das sieht schlecht aus. Das ist aber ein Shiny. Das ist ein 98er. Das sieht gut aus. Das ist auch schlecht. Das ist schlecht. Das ist ein 96er. Okay, das ist auch ein 96er. Also theoretisch müsst ihr euch jetzt hier nur das angucken. Ohne Wetterboost. Das kommt auf 3,7. Das kommt auf 3,7. Wer hätte es gedacht? Das war schlecht. Ach, ich blick gar nicht mehr durch. 19,11. Und das kommt auf 3,7,8,2. Was ist jetzt besser? Das hat Kreuzschere. Das ist halt das Normale. Eigentlich müsste man das mit Wetterboost hochziehen, weil es dann günstiger ist. Ein Wetterboost Shiny. Genau. Ich muss mir die Werte nochmal genau angucken. 3,7,8,2. Obwohl, ich habe ja nur ein 98er. Also steht es ja eigentlich schon fest. 3,7,8,2. 3,7,8,2. 3,7,8,2. 3,7,7,3. Also wir müssen eigentlich das nehmen. Ist eine klare Entscheidung. 3,7,8,2. Wir pushen das auf 40. Ungefähr so. Mit 248 Bonbons. Weil es ja wieder ein Level 20er ist. Sind jetzt bei 3,345. Machen da auch mal ein Häkchen dran. Werden das nochmal ganz kurz. Zack. Für euch so. Genesägt. Wer weiß. Es stehen ja noch zwei Module aus. Zwei Module könnte es noch geben. Vielleicht ist ja da mal ein Hunderter dabei. Dann würde man auch XL Bonbons einsetzen. Das Blitzmodul und das Gefriermodul fehlt also noch vom Aquamodul. Ich habe schon gar keins aufgehoben. Oder habe es gerade nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall jetzt alles am Start. Das sind alle mysteriösen Pokémon, die ich habe auf der Hand. Die ich aufgehoben habe. Kann man ja nicht tauschen. Ihr könnt Genesekt nicht tauschen. Ihr könnt Dioxys nicht tauschen. Ihr könnt Darkrai nicht tauschen. Also ihr müsst da nicht so viele aufheben. Wenn ihr die sechs besten Darkrai aufhebt, reicht das. Ist ein Team. Mehr könnt ihr eh nicht machen. Oder Genesekt mit den Modulen würde ich wahrscheinlich immer nur das Beste aufheben und mehr nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und schreibt mal rein. Was ist euer Lieblings-mysteriöses Pokémon? Was hier in meinem Beutel rumfliegt? Habt ihr auch alle? Habt ihr irgendwas verpasst? Oder was sucht ihr? Was braucht ihr noch? Und Chasen. Endlich mal wieder das Geschenk aufgemacht. Junge. Den hätte ich gestern fast rausgeschmissen. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.